Emotional ist es halt so, dass es keinen Sinn macht, jetzt ein großes Trübsal zu blasen, sondern, wie gesagt, ich versuche es vorzuleben. Ich glaube daran, dass wir den Klassenhalt schaffen. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Das versuche ich auch der Mannschaft zu vermitteln. Nur ist auch klar, wir brauchen Punkte. Wir haben uns jetzt stabilisiert. Wir haben jetzt nur Mannschaften fast aus dem oberen Drittel. Jetzt haben wir Dortmund gehabt. Jetzt kommt Leverkusen, die eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Ich finde, dass wir uns da sehr, sehr gut präsentiert haben. Deswegen macht mich auch alles sehr optimistisch. Man kriegt nichts geschenkt im Leben. Man muss sich alles hart erarbeiten. Die Mannschaft arbeitet gut. Das ist, was wir beeinflussen können. Deswegen bin ich sehr, sehr optimistisch. Wir sind in einer Situation, wo wir uns über Laufbereitschaft, Mentalität und Zweikämpfe reinpassen müssen. Im Absichtskampf ist keine Schönspielerei gefragt, sondern Mentalität. Und die werden wir wieder zeigen am Samstag. 5 5 10 10 11 11